Hi Leute! Ach, Quatsch, doch mal. Wir sagen, ab geht die Party und die Party geht ab! Hey Leute, was geht? Euer Raik ist wieder am Start. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Gut, heute mache ich noch mal einen Test Nummer 2 mit meinem neuen Mikrofon. Ich habe ja gesehen, dass ihr mir eine gute Resonanz gegeben habt. Ihr habt ja alle gesagt, das Mikrofon ist gut und ihr könnt mich gut verstehen. Und ich finde es richtig gut, dass ihr mich dabei so fleißig unterstützt. Ja, und heute dachte ich mir, mache ich noch mal einen neuen Test, weil ich habe gesehen, beim ersten Mal war der Sound noch ein bisschen leise und es war noch nicht so perfekt eingestellt. Aber ich hatte das Gerät ja gerade neu. Deswegen wusste ich ja gar nicht, wie man alles einstellen muss. Aber dann habe ich mir noch ein paar Videos angeguckt und Tutorials und habe noch ein paar Tricks herausgefunden. So, dann habe ich das jetzt eingestellt und dann dachte ich, mache ich jetzt einfach draußen noch mal einen kleinen Test. Ich bin heute mit dem Gian unterwegs. Wir machen einen coolen Spaziergang. Wir haben das schöne Wetter ausgenutzt. Klar, jetzt gerade ist es nicht mehr so schön, aber die Temperatur ist trotzdem super. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr zu Test Nummer zwei sagt. Aber ich bin schon mal sehr begeistert und bin froh, dieses Gerät zu haben. Und das kann ich euch auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Kann ich euch nur ans Herz nehmen, weil ich selber rede ja nicht so laut und da macht ein Mikrofon halt ziemlich viel Sinn. Ja, und ich teste das jetzt weiter für euch. Und dann gibt es bestimmt noch mal irgendwann ein Video davon. Wir fahren jetzt demnächst nämlich auch auf eine Messe. Und zwar fahre ich auf die Gamescom. So, und da möchte ich auch noch ein paar Aufnahmen für euch machen. Und mit dem Mikrofon wird das, glaube ich, eine gute Sache. Ja, dann würde ich sagen, Leute, macht euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns in einem von den nächsten Videos wieder. Wir filmen jetzt noch ein bisschen was für euch. Und dann bin ich auch schon weg. Dann würde ich sagen, ich gehe da mal. Ciao, Leute. Haut rein. Und bis zum Glück! Untertitelung des ZDF, 2020